Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X2 mit mir dem Shardox. Da machen wir mal weiter, wo wir aufgehört haben und zwar bei dieser, ja, schönen Kaktorenjagd. Und wenn ich mich recht erinnere, haben wir im letzten Part hier in der Donnersteppe diese kleine Sidequare hier gemacht und ja, haben den besagten Kaktoren halt irgendwie noch nicht gefunden, aber vielleicht schaffen wir das dieses Mal. Gut, gut, gut. Also, da hinten sehe ich dieses komische Leuchten, da kann man aber, glaube ich, auch immer wieder hin, wenn man möchte. Wenn man den Typen da anspricht, ansonsten gibt es hier noch eine Truhe, wenn man die dann öffnen möchte. So, mit einem Gewaltenring. So, und hier haben wir auch schon den Kaktoren, der war vorher echt wirklich nicht da, tatsächlich, also musste diese Sidequare hier machen. Isla ja entdeckt. Die Früchte der Reise. Es soll getestet werden, was die Wächter-Kaktoren alles auf der Reise gelernt haben. Mit den Freunden, denen sie auf ihrer Reise begegnet sind, bilden die Kaktoren ein Team. Nun gilt es auch, dass sie sich den Kaktoren zu treffen. Okay. Gucken wir mal, wen er so als Buddies hat. Der Weise Isla ja und die Geister der Ahnen. Naja, ob das was wird, I don't know. Unter den Geistern der Ahnenwald, er hat dem, der die Steintafeln angreift, gebührt der Zäune des Himmels. Ohne Wege, ne? Los geht's! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Nein! Mein Gott! Ja, jetzt hab ich eh schon verkackt. Ich weiß gar nicht, worum das weitergeht. Scheiße, ey. Wir haben es nicht geschafft, aber ich hab auch nicht gedacht, dass ich es schaffen würde. Also passt halt alles soweit. So, wir haben verloren, aber ist egal. Isla ja kommt mit uns. Ach, ich kann das einfach nicht. Ich bin so schlecht. Aber hey. Ich mach mir da nichts draus. Alles in Butter. So, wir benutzen einfach mal den Speicherpunkt hier vorne. Ich glaube, das ist am besten. Oder geht zumindest am schnellsten. So, ich hoffe mal wirklich, dass in dieser Aufnahme mein Mikrofon nicht einfach so mittendrin ausgeht. Das wäre schon sehr nice. Falls es nicht so viel verlangt ist. So, das ist mir im letzten Part ja mal passiert. Das war gar nicht gut. Äh, warte mal. Doch, müssen die anlabern. Aber das klappt ja mal wieder überhaupt nicht. So, Kaktoren. Gebiet. Alles klar. So. Wer möchte? Du möchtest nicht. Das war eher hier einer hinten. Ich werde dolmetschen. Mein lieber Isla ja. Ruhe dich erst einmal aus. Oder so ähnlich. So, next Kaktor please. Ich werde dolmetschen. Das ist die Mutter von Chapa. Ich habe die... Eine Nachricht von Chapa erhalten. Darin heißt es, ich treffe mich mit meinen neuen Freunden. An einem hochgelegenen Ort, wo wir die Stadt und den Wald überblicken können. Das hört sich sowieso jetzt einfach mal ganz stark an wie Berggagazette. Gucken wir mal. Der ist... Oha. Nein, der ist ganz woanders. Okay. Die Beschreibung... Klingt schon mal interessant, wo da sein soll. Also einmal Insel Kilika im Kilika Hain. Da muss man zuerst gerade rausgehen, dann nach rechts. Okay, Moment. Wir gucken uns das Ganze aber mal an. Die Episode haben wir ja hier ohnehin schon beendet. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Okay. Ich habe mich gerade gewundert, dass das hier so ist. So lange gedauert hat. Der Loadscreen. Ich dachte, jetzt kommt hier noch irgendeine... Nicht gewollte Sequenz. Oder was heißt nicht gewollt? Nicht geplante. Auch genannt ungeplant. So. Dann wollen wir mal. Ich schätze mal... Geradeaus rechts heißt nicht direkt rechts. Das wäre doch so einfach... Genau. Deswegen würde ich sagen... Hier rechts. Und dann... Hier links. Nein. Bestimmt hier nicht, oder? Muss ich mal gucken. Was denn jetzt? Ähm... Dort geht man zuerst gerade aus. Dann nach rechts. Und dann... Dann etwas weiter runter südlich. Ach so, hier kann man springen. Oh, WTF. Ah, guckt mal. Wie er da sitzt, der Charaktor. Hey. Skid Buddy. Ah, brauchen wir wirklich dieses Duell? Ich weiß ja nicht. Der kleine Japper und seine Freunde aus dem Wald. Los geht's. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der kleine Bastard. Was soll das denn? Habt ihr das gesehen? Der hat mich einmal getroffen und dann war ich richtig am Arsch, du. Alter, das kann nicht wahr sein. Ah. Das ist ja wirklich zum Upragen, Alter. Das ist ja mal... Das ist ja mal pure Verarsche, du. Ey. Dieser Sack. Oh, der macht mich gerade psychisch richtig fertig. Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde jetzt... Ich glaube, ich bringe mich um. Ach genau, das wird besser. Äh... So, Wüste Bicanel, bitte. Dankeschön. So, und weil das ja immer so schön funktioniert hier... Direkt einfach mal Speed runterbacken. Kannst mal sehen, wie schnell das jetzt geht hier. So. Wer möchte mit mir plauschen? Du da hinten. Ich hab deinen komischen Chapper. Ich werde dolmetschen. Mein kleiner Chapper, du bist ein wenig gewachsen. Ich bin froh, dass du die Reise gemacht hast. Oder so ähnlich. Ja, ja, whatever. So. Und dann da hinten. Direkt der nächste Kaktus. Ich werde dolmetschen. Ich habe eine Nachricht von Elio erhalten. Meine großen Freunde, die ich an der Thermalquelle kennengelernt habe, zeigten mir den Schnee. Auf seine Mutter will er nicht hören. Aber Elio ist immer noch der Beste. Ah ja, okay. Alles klar. Das heißt für mich jetzt aber mal definitiv... ...Gazetto. Auch wenn ich nicht weiß, wo genau. Erst zum Gebirgs-Bass, dann einfach weiter. Okay, ja. Macht Sinn eigentlich. Macht Sinn. Krieg ich auch irgendwie mal hin, den Speicherpunkt so direkt anzuhitten? Ne, ne? Da muss man erst diesen Scheiß-Speed runterdrehen und alles. Keine Ahnung. Immer das gleiche Problem hier. So. Und dann einmal bitte Berg Gagazetto. So. Hier müssen wir definitiv irgendwann mal eine Mission machen. So. Zum Gebirgs-Bass. Äh. Dann nach oben laufen? Oder? Gucken wir mal. Ich glaube doch. Ah, da sitzt er. Beziehungsweise da steht er. Hey, kleiner lieber Kaktor. Elio entdeckt. Die Früchte der Reise. Es soll getestet werden, was die Wächter alles drauf gemacht haben. Elio und die großen Brüder. Oh ja, alles klar. Ah. Oh Mann. Nein, Mann. Ey. Ey. Ey, ich hab bin ausgewichen. Was ist mit dir? Junge, geht doch alles sterben. Ihr Kaktkaktor. Ne. Das ist ja echt... Meine Güte. I don't know what to say, man. So eine Scheiße. Keine Ahnung. Irgendwie ist das nicht so mein Minigame. Aber überhaupt nicht so. Null. Komm mal, null. Tja. Was kann ich denn da nur gegen machen, he? I don't know. Ich geb mir ja schon Mühe, ne? Aber irgendwie... Irgendwie obliegt mir das nicht so ganz. Und zurück zum Kaktorengebiet, wo wir mit dem Kaktor hinten quatschen. Was geht? Ich werde dolmetschen. Danke, dass ihr Elio gefunden habt. Aber wahrscheinlich wird es ihn wieder irgendwo hinziehen. Ich bin die Mutter von Vertula, sagt sie. Meine Tochter Vertula liebt Geld über alles. Sie ist auf Reisen, aber... Um jemand Reiches zu finden, aber... Sie scheint eine reiche Person gefunden zu haben. Der man das nicht ansieht. Er soll ein Ex-Medium sein. Vertula, lass dich bitte nicht erwischen. Ich wusste gar nicht, dass Donna reich ist. Hä? I don't understand. Wie kann sowas denn sein? Sie ist reich? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen baff davon, von der Aussage, dass Donna angeblich reich ist. Okay. Meinetwegen, dann gehen wir halt da hin. Pff, krankes Scheiße. So, wo bist denn du jetzt hier? Donna, Donners Haus? Hier, irgendwo? Maybe. Huch, also ich sehe ja Dings, ne, aber... Ah, da, hallo. Sag mal, Donna, wo hast denn du hier deine Schätze? Oh mein Gott, Zauberkrüge. Vertula mit Donners geheimen... Experten? Was steht da? Irgendwie sowas. Für Geld weicht sie sogar Kugeln aus. Ja, die ist ja lustig. Ey, 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 ey. 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 Hab ich dich. Du kleiner Frechdachs. Gewonnen. Na du, also besser... Keine Ahnung, kann ich's auch nicht. Nun, Donna, die schimpft da irgendwie mit dem Kaktor. Hey, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Hat Bartello immer noch da draußen aus? Er will nicht rein, bis ich ihn verziehen habe. Er ist so, glaube ich, naiv. Dann sag ihm das doch, Mann. Lass den alten Typen nicht Tag und Nacht da draußen vor deinem Haus sitzen, wie so ein armer Köter, der weiß ich nicht was. I don't know, Donna, what the fuck is wrong with you, man? Ma'am. So, let's go. Ich glaube, wir müssen gleich nur noch einen Kaktorn da machen. Na, ja doch, bestimmt. Wir müssen gleich nur einen Kaktorn befreien. Befreien. I don't know, was das soll. Tut mir leid, ich lass das lieber. So, Kaktorn, yes, let's do this, let's do this. Let's go. So, Speed kann wieder normal werden, erst mal. Ich werde dolmetschen. Hallo, Vertula. Die richtig leichen Leute. Die richtig reichen Leute findet man in ungewöhnlichen Orten. So, gehen wir mal einfach mal zum Kaktor hier rüber. Ich werde dolmetschen. Auch in meinen Augen scheint Frehly nicht der Typ zu sein, der mit anderen gut auskommt. In Wirklichkeit ist er schüchtern und lieb. Er gerät oft in schlechte Gesellschaft. Ich mache mir Sorgen, ob ihm während seiner Reise etwas zugestoßen ist. Hm, da würde ich jetzt aber nicht den Teufel hier an die Wand malen. Ähm, ich glaube, jetzt müssen wir da rein. Ich werde dolmetschen. Da drin behausen die bösen Kaktoren. Ein Zuflurtsort, da, da, da. Geht nicht in der Nähe. Er ist versiegelt. Hä, muss ich da jetzt nicht rein? Da drin hausen böse Kaktoren. Ein Zuflurtsort für jene. Geht nicht in der Nähe. Das ist versiegelt. Ja, du, aber... Okay. Wartet mal. Vielleicht müssen wir auch einfach wieder mit Manila sprechen. Der letzte Wächter muss ganz in der Nähe sein. Bitte sucht ihn. Den Kaktor suchen. Die Kleinen werden euch führen. Bitte beeilt euch, sagt sie. Mission gestartet. Der letzte Kaktor. Der letzte Kaktor ist in der Nähe. Finde ihn mit Hilfe der neuen Kaktoren, die du bereits gefunden hast. Finde den zehnten Wächter. Ach, nichts einfacher als das wahrscheinlich. Oh, guck mal, wir haben hier einen Speichelpunkt. Wow, sowas selten ist. So, dann speichern wir hier einfach mal ab. Yes. Los geht's. Vielleicht finden wir hier irgendwas Cooles. Huh. Battle? Dunkle Macht, Leute. Dunkle Macht, dunkle Macht. Nicht vergessen, dunkle Macht zu machen. Hui. Das hat wohl gesessen, was? Mädels. Oh, die bringen ja gar nichts. Habe ich nicht. Ich habe doch, nein doch, ich habe Monster Shack an. Aber die kommen einfach random, glaube ich. Go, Riku. Die geben ja so wenig Items. Irgendwie so, ah, die geben so irgendwie gar nichts hier. Frag mich, woher das rührt. Vielleicht geht auch angreifen schnell an dem Fall. Weiß ja nicht, ob wir die auch safe immer treffen. Was gut, den Dunkle macht, ist ja, dass es halt durch Rüstung und alles durchgeht. Das ist eine wunderbare Attacke zum Spam. What the hell is going on now? WTF? Okay. Ja, okay. Moment, also. Vielleicht wird wohl hier schnell über die Bühne gehen. Ja, dann, Abwehr plus, sie juckt mich irgendwie gar nicht. Muss ich sagen. Und ansonsten haben wir so unfassbar viel Def. Ne, hast du auch nicht, Pain. So, ich schätze mal noch irgendwie so ein Hit und das war es jetzt mit dem. Oh, hält der doch ein bisschen mehr aus. Und wieder mal gar nichts hier. Naja, okay, gut. Alles klar, das war uns schon mal jetzt irgendwie noch nicht der Final-End-Boss hier. Okay, guck mal da, da haben wir eine Truhe. Und dann kommt bestimmt ein Kampffeuer oder so. Nicht? Ah, okay. Das ist kaum unerwartet. Wow, für einen Äther. Was ist denn hier schon wieder? Höh, Treibsand? Das ist der Sandgang. Die bösen Kaktoren haben eine Falle gestellt. Lauf hindurch, bevor der Gang mit Sand gefüllt ist. Ja, okay. 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 Was ist mit dem schönen Schatz hier? Boah, ich auch. Ja. Das sieht so witzig aus. Aber cool, dass sie sowas eingebaut haben. Kann die überhaupt da durchrennen? Die rennt aber richtig zügig hier. Hi, Potion. So, zack. Lauf, lauf, lauf. Wah, wir gehen da ja fast unter hier. Oh, oh, da ist ein Tor. Oh, mein Gott. Oh, okay. Hoch. Wie habe ich das denn gemacht? Okay, da komme ich jetzt erstmal nicht hoch. Schade. Ich habe einen Schatz verpasst. Ah, Juna. Juna, Mäuschen. Ey, ich gehst du auch hier gleich ab. Geh hoch hier. Geh hoch. Hä? Ich konnte da nicht hochklettern. Ich glaube, ich muss das nochmal machen. Oh, mein Gott. Scheiße. Da war ich nicht so gut unterwegs. Wieso läuft Juna so komisch eigentlich? Na gut, alles klar. Natürlich ist es ja jetzt viel einfacher, im zweiten Run alle Kisten zu holen. Ah, okay. Das ist die Kiste, habe ich ja gerade schon geholt. Weil man natürlich jetzt die ganzen skippen kann. So, die Truhe habe ich vorhin gerade irgendwie geöffnet. Ich weiß zwar auch nicht genau wie, aber... Da kann man bestimmt hoch. Ah, ja. So, das wird hier wieder knapp, glaube ich, für Juna. Ich glaube, die geht hier gleich wieder... Komplett... ...den Bach runter. So, aber... Guckt mal da, wir haben hier noch eine Truhe. Die muss ich unbedingt nehmen. Ja. Wenn ich schon mal hier bin. Keine Ahnung, kann ich hier auch stehen bleiben? Ey, ich bin durch Untergegangen. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ja gut, ich laufe jetzt einfach mal durch. Scheinbar bin ich irgendwie zu blöd für dieses Minigame. Muss ich irgendwie leider feststellen. So, deswegen noch einmal hier. Auch wenn Juna wie auf Speed läuft. Keine Ahnung. Na, hole ich mir jetzt den letzten Schatz oder... ...versuche ich jetzt erstmal rauszufinden, wo ich hin muss? Hm. Ich glaube, ich versuche einfach nur hier durchzukommen. Gar kein Interesse, hier irgendwas zu machen. Sprach er Und wollte noch diese Kiste hier haben Muhaha Ich bin ja so böse Okay, okay, okay Eine Sekunde, ich muss hier hoch Dann da hoch, dann hier hoch Und da, zack Da, ich würde sagen, meine Lieben Es ist Zeit für ein kleines Boyscan Deswegen sage ich an dieser Stelle einfach mal Bis zum nächsten Mal, haut rein, shoutouts out Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ciao